Hi Leute, heute sind wir in den Universal Studios und schauen uns mal, wie gesagt, die Universal Studios an. Alt of the Venture und Mardi Gras, man sieht es im Hintergrund, das Festival ist auch noch. Und seid gespannt, was euch alles erwartet. Wir sind auch gespannt, mal gucken. So, wir sind jetzt mit dem Hogwarts Express angekommen und zeigen euch jetzt mal Island of Adventure. Kommt mit! Okay. Eine Runde abkühlen im Jurassic Park River Adventure. Welcome to Jurassic Park. The Ultrasaur is in this lagu. Die Runde abkühlen im Jurassic Park. Wir sind gerade rausgekommen und es war mal wieder geil. Wir sind immer noch in den Island of Adventure und wie ihr sehen könnt, im Hintergrund auch der Haltcoaster, der düster auch gerade lang. Kann man das sehen. Daneben ist Doctor Doom, aber wir wollen Rain of Kong Sky Island uns anschauen, weil das kennen wir noch nicht. Und da, wer es noch nicht kennt, nehmen wir euch jetzt mal mit hin und schauen uns das mal an. Hier ist es Sky Island, Rain of Kong. Wir gehen ins Rhein, los, ab geht's. Also, wir sind hier immer noch im Wartebereich. Ich lasse noch mal hier eine Stunde oder so, stand da ran, Wartezeiten. Wir sind mal gespannt, ob es die Warterei auch lohnt. Ja, das ist voll geil. Und da, wir sind nun im Warterei auch. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Bis zum nächsten Mal. So, wir kommen jetzt gerade hier frisch gebacken aus Kong raus, Geil Island. Wir müssen sagen, richtig geil, ein bisschen kurz fand ich schon wieder, weil so ein Dayride eigentlich auch mal ein bisschen länger dauern könnte, aber trotzdem supergeil, geht mal rein, wenn ihr hier seid, macht richtig Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.